Oh, äh, nach ihm. Äh, ähm, äh, ihre Teufels, äh, Mr. Radio-Dämon. Hier, ihr dreckigen Aßfresser, viel Spaß! Nein, Alter! Hm. Scheiße! Halt! No! Hm. Hm. Ah, guten Morgen, Ladies! Morgen, Älster! Grüßt Rosi von mir! Grüßt Rosi! Grüßt Rosi! Heute läuft wohl nichts Gutes, hm? Komm, Sterne! Angeber! Große Klappe und nichts dahinter! Und aus stehliches, popöses, scheiße, Fernsehen! Verdammte egotistische Verschwendung verherrlichter, überbewerteter Dummköpfe, die einen arroganten Bastard verfolgen! Magst du das? Guten Tag, Sir! Uff! Ich habe ihr Schild vor der Tür gesehen und mache es mir zur Aufgabe, jede neue Metzgerei auszuprobieren, die auftaucht! Man weiß ja nie, welche mein Favorit werden wird, nicht wahr? Haben Sie frisches Wild? Ich liebe ein schönes Top-Roast-Beef, aber bin selber ein Fan von Wildbret! Erinnert mich an einfachere Zeiten! Und wir alle lieben es, in einfachere Zeiten zurückzukehren! Nicht wahr? Ja, Sir! Ich, ähm, ich habe ein paar schöne Stücke, die ich für Sie fertig machen kann! Haha, guter Mann! Stellen Sie sicher, dass Sie die ganze silberne Haut abschneiden! Ich will frisches Fleisch, kein Kaugummi! Vielen Dank, guter Herr! Oh! Oh, Entschuldigung! Komm her, Schlampe! Hey! Aufhören! Lass mich los! Runter von mir! Hilfe! Hilfe! Ach, weißt du, ich hasse wirklich diejenigen, die denen mit fairen Mitteln nicht ein bisschen mehr Respekt entgegenbringen können! Es ist wirklich ziemlich geschmacklos! Wie schlechtes Fleisch! Wie schlechtes Fleisch! Nicht ganz so lecker wie Wild! Aber... Es wird reichen! Wie schlechtes Fleisch! Möglichkeit... ... ... lui... ...